Neue Runde, neues Glück, nachdem ich gerade so brutal verkackt habe. Gehen. Pilze, sehr viele Pilze. Da sind rote Augeen, die der Dunkelheit. So, was macht der, wenn ich die Taste nach unten gedrückt halte? Irgendwie sowas, was auch immer das ist. Trinkt der und heilt sich damit? Ist das der Trick, den ich die ganze Zeit nicht gerafft habe, oder was? Äh. Ja, 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 ja! Trinkt der das? Ne. Irgendwas macht der aber doch damit. Das sieht so aus, als würde sich das in den Mund schaufeln. Tja, naja, okay. Hier komme ich nicht weiter. Hier ist er auch. Hier ist er auch. Hier geht es rote Auge. Bisher noch kein Zauberstab in Sicht. Das ist sehr schade. Was macht er da? Ich muss es wie um machen. Ist das ein Trunk? Da ist noch ein... Da ist ein Zauberstab. Okay. Wieso ist der in diesem vergackten Becken? So, das habe ich schon mal geschafft. Was haben wir denn jetzt hier? Aha. Bisschen Streuung ist ja nicht schlecht. Und das will ich jetzt natürlich auch noch haben. Hier ist ja nicht. Wie so oft. Das muss ich hier mal wegkriegen jetzt. Weg! Oh Gott, ich sehe es schon kommen. Weg damit! So. Das ist nicht unbedingt praktisch. Schade, ich habe gedacht, es kippt irgendwie hier rüber und macht das mit dem Becken hier klar. Ja, 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 ein bisschen noch. Hat es was gebracht? Fass. Bitte. Schneller. Mehr. Ja. Ja, es fängt Feuer. Es fängt Feuer. Sehr gut. Sehr gut. Und so komme ich nämlich da ran. So komme ich nämlich da ran. Kann das hier eigentlich Material? Nee, ich kann das nicht. Was ist das? Der magische Pfeil? Ah ja. Wie viel Schaden machen die? Zehn. Und das hier? Drei. Okay. Jetzt kann ich ja weiterziehen. Jetzt habe ich eine neue Waffe. Säure Spasten, ja. So, Wasser. Un-sicht-batt-jum. Hm. Was ist das? Was ist das? Ah, Feuer, Spaß, du kriegst auf die Fresse. So, fräst die Scheiße doch schnell weg mit deiner Lava, weil ich will das Zeug haben hier. Nein! Ich bräne. Ich bräne, ich bräne.